Hallo, mein Name ist Thomas Lang, ich war der Schlagzeuger von Falco und wie ihr euch vielleicht alle erinnern könnt, haben wir 1993 ein ganz wunderbares, legendäres Konzert auf der Donauinsel gemacht. Dieses Jahr gibt es die Gelegenheit für alle, die damals dabei waren, das Konzert nochmal mit uns mitzuleben und die Musik von Hans zu feiern und nochmal diese ganze Show zu zelebrieren. Und für alle, die damals nicht dabei waren, ist es jetzt endlich eine Gelegenheit mit der originalen Falco Band und ganz wunderbaren Gästen diese Show nochmal mitzuleben. 24. Juni, Donauinsel, Hauptbühne, 22 Uhr, wird der absolute Hammer. Falco Tribute, Hans wäre heuer 60 geworden, also ist eine ganz wunderbare Gelegenheit nochmal die Songs zu hören und mit uns nochmal richtig abzufeiern. 24. Juni, Donauinselfest, Hauptbühne, Falco Tribute. Boom. Ich hoffe, wir sehen uns dort. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.